Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal Gast in Garsten. Und es war immer ein Highlight für mich persönlich bei Garsten. Wenn man daherkommt nach Garsten, ist es wie heimgekommen. Man wird betreut, von hinten bis vorne. Die Veranstaltung ist durchorganisiert. Die Leute sind da, sie kommen, der Saal ist voll, weil jemand dahinter steht. Der Kartenverkauf wird organisiert, hinten in der Garderobe wird alles organisiert. Also es ist wirklich kein Scherz. Für mich ist es immer ein Highlight hier in Garsten. Und ich freue mich, wann ich wieder in Garsten spielen darf. Danke sehr.